hallo ich zeige euch wie ihr das alchemie gutachten grün schatten findet dazu reist ihr zum wegschein des labyrinths läuft dann einfach den weg unten lang bis er zu dieser stelle kommt wo sich der weg noch mal rechts gabel das direkt unterhalb des dolmens da musst du auf eine kleine anhöhe hoch das sieht dann so aus naja da unten ist der weg seht ihr umluft den felsen geht nach oben und schon habt ihr gesuchtes vorkommen gefunden danke für die aufmerksamkeit bis bald ciao